Kulturwoche 22 Wir stapeln Stühle Von Benjamin Bleckner Feiert am Mittwoch, 29.05. seine Uraufführung Es zeigt eine Gruppe von Menschen, die anfangs unbeschwert Stühle stapeln Bis sich eine Person entscheidet, einen Stuhl als Eigentum zu beanspruchen Und sich darauf zu setzen, anstatt ihn zum Stapeln zu verwenden Aha, Alter Und am Donnerstag, 30.05. können Sie Wir stapeln Stühle gleich nochmal sehen In Wir stapeln Stühle spielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des kleinen Theaterjugendclubs Gemeinsam mit Profis Nur wer ist wer? Am Freitag, 31.05. erklärt uns Georg Clementi in Von Sokrates bis Putin in 90 Minuten Die westliche Geschichte der vergangenen 2500 Jahre Klug und humorvoll Eine selten zu findende Kombination Den Abschluss bildet Eddie Jäger Eddie Jäger Mit seinem Erfolgskabaret Wenn Frauen fragen Am Samstag 1.06. Geburtstag von Marvin Gibt er diesen Klassiker zum Besten 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 Besten